Was dann? Wo wird es bleiben, was mit dem letzten Hauch entweicht? Die Winde werden wir treiben. Vielleicht werden wir reinigend wehen. Ich kenne jedes Menschengesicht und jeder darf durch uns gehen. Er kennt aber uns nicht. Wir werden drohen und mahnen als Sturm und lenken die Wetterfahnen auf jedem Turm. Ach, sehen wir die dann wieder, die vor uns gestorben sind? Wir, dann ungreifbarer Wind. Richten wir auf und nieder die anderen, die nach uns leben. Wie weit wohl Gottes Gnade reicht, uns alles zu vergeben? Vielleicht? 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 Für uns geingaht. Habt noch dazu, es bleibt noch SPD-ÜN Untertitelung des ZDF, 2020